Jetzt sehen wir es halt ganz nah. Wie heißt das denn? Nero, glaube ich. Ja, Nero. Mit Jungen, ja. Nero, ach. Das ist allmännlicher. Ja. Oh, der Nero, alter Nero. Der kleine Nero. Wie die Mama heißt? Das will ich. Jetzt kommen wir wieder zu uns her. Oh, schon her. Ganz nah sind sie jetzt da. Jetzt kommen wir wieder zu uns. Schau mal. Ja, jetzt ist das ganz nah. Jetzt kommt der Nero zu uns her. Der Nero. Der Nero. Das ist ja erschrocken. Der hat irgendein Zweig. Das hat irritiert. Das ist ja erschreckend. Wir müssen erstmal das ganze Gehege erkunden. Die Mama zeigt seinen Papel. Die Mama hat einen großen Bobbock. Jetzt kommt der Nero wieder. Jetzt kommt der Nero. Der Nero lasst den mit aus dem Augen. Naja, das kommt der Nero aus dem Augen. Der kommt schon wieder zurück. Der kommt schon wieder zurück. Die Sonne ist auf der Lenschein, oder? Die Sonne ist auf der Lenschein. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020